Alles wegen der Nietzange! Oder? Ich muss bloß so eine scheiß Nietzange haben, jetzt habe ich ein Abenteuer am Hals. Können wir uns jetzt eigentlich Gedanken machen, wie wir das Fass zusammenbringen? Ich habe mir überlegt, wir können das nieten. Allerdings habe ich keine Nietpistole. Ich weiß aber, wer vielleicht eine haben könnte. Werni, du Hupe, ich brauche eine Nietzange. Ich habe sechsmal angerufen bei dir, dass niemand hingekam. Ah, du Armer. Sechsmal, auf die Mailbox viermal gesprochen. Ich habe gar keine Mailbox. Das war schon eine Lüge. Werni, ich brauche eine Nietzange, hast du sowas? Wann bekomme ich die wieder zurück? So wie du mein Werkzeug ausleihst. Du legst das einfach da hin und hoffst, dass ich es irgendwann mal abhole. Nein, nein, nein. Nein, dann machen wir es anders. Dann ist das in Zukunft anders jetzt. Ah, ja. Das wird auch anders sein. Du, ich kann mir auch gerne eine kaufen, wenn du rumzigst hier. Nein. Ich habe überhaupt keinen Schmerz damit. Ich möchte nicht, dass du dir eine kaufst. Ja, ja. Ich möchte, dass du abhängig bist von mir. Abhängig? Von dir bin ich leider nicht. Tut mir leid. Du musst erst einmal eine finden. Wieso eine? Hast du mehrere? Hast du ein paar Nieten auch noch? Und ich meine dich. Ah, du hast eine Gartenschere. Ich habe mir gerade eine bestellt. Aber eine gescheite. So ein Scheiß. Was ist das? Ich sehe, du hast keine da. Die ist auf der Baustelle. Also muss ich mal eine kaufen oder was? Die ist auf der Baustelle. Auf der Baustelle kann ich sie mitnehmen. Dann können wir da kurz vorbeifahren. Jetzt nicht gleich, weil wir gehen jetzt erst essen. Und der Sinn dahinter? Frag ich mich auch. Ja, und danach fahren wir zur Baustelle. Ja, meinetwegen kann man schauen. Okay, gut. Wo ist die auf der Baustelle? Nein, werden wir es schon finden. Weißt du, was ich gerade mache? Ich habe gerade ein Fass, ein 200 Liter Fass mir gestern geholt. Das habe ich in der Mitte auseinander geschnitten, im Deckel abgeschnitten und jetzt schweiße ich es in einem kleineren Durchmesser zusammen. Was hältst du davon? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, ich brauche eine spezifische... Was ist das? Blechfass? Ja, Blechfass. Ich brauche... Stahl. Richtige Stahlfässer. Ja, ja. Ich brauche deinen Schweiß... Die Blechfässer, die halten nicht. Das ist alles möglich. Du hast doch gar keine Ahnung, was ich machen will. Du hast gar keine Ahnung und Quatsch wieder groß und raus. Nein, im Freien meine ich. Ich habe das schon getestet. Ja, ich brauche es halt im Freien. Ach so? Deswegen sage ich, du hast keine Ahnung, was ich machen will, aber Quatsch schlau daher. Ja, ja. Jetzt haben wir den. Ich brauche deinen Schweißautomat noch. Dann komme ich zu dir rüber, da müssen wir fünf, sechs Punkte setzen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Heißt? Ja, ja, machen wir. Okay. Hast du Glück gehabt? Ja, was hast du nicht getan? Mein Freund. Ja. Was ist los? Wo gehen wir heute hin? Zum Inder. Zum Inder. Zum Inder. Oder? Da kannst du parken. Können wir gehen zum Italiener? Gehen wir zum Italiener? Ja, gehen wir zum Italiener. Da gibt es auch einen tollen Leberkiss. Ja, weil die ja so viel Hunger hat heute. Wani, was gibt es? Spaghetti mediterrane. Und was dazu? Alkoholfreisen. Wie er sich freut. Wie immer. Bei mir gibt es übrigens Spaghetti Arabiata. Möchtest du da mal probieren? Ich genieße die Oliven. Möchtest du mal bei den Arabiata probieren? Ja, wenn ich fertig bin. Ja, ja. Das packst du gar nicht so scharf ist das. Da soll es liegen, oder? Jetzt schauen wir mal nach der Nietzange. Ja. Nieten laufen ja hier genug rum, hast du gesagt, gell? Ja. Nieten findest du überall. Oh, es wird aber knapp parkt, du meinst. Gehen wir durch unsere Front-Entrance, oder? Jetzt schauen wir mal schnell. Ich brauchst du mal einen Schlüssel. Wir müssen die Ruhe weg. Oder nie, wie immer, die Ruhe weg. Da muss ich sowieso hintergehen. Schauen wir mal, ob die hintere Tür auf ist. Ich frag den bloß schnell. Also, ich schaue dich doch auf. Wo ist der Abgeruch? Telefonato. Die Fließmaschine ist schon wieder kaputt. Wo ist die? Was ist kaputt? Die Tafel, oder? Super. Ist das Ding hier, oder wie? Das ist auch nicht gerade das qualitativ beste Teil, oder? Was? Was heißt beste Teil? Das schaute ich ja scheiße aus. Das schaute ich ja aus, dass es maximal 20 Euro kostet, oder? Nee, die war teuer. Was hat es dir gekostet? 25 Euro? Nicht rund. Nee. 30 Euro? Nee, mehr, mehr, mehr. Das Problem ist ganz einfach, wenn du die Maschine unterm Laufen abstellst und dann hinlegst und dann steckst du ein und die Maschine macht sich selbstständig und wickelt sich um das Kabel. Das ist scheiße. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Der ganze Stress für die Nizange, du Held. Eieiei. Das ist nicht eine Nizange. Eieiei. Die Treppe, Alter. Die Treppe. Das ist nicht eine Nizange. Das ist mal eine Abenteuer-Treppe, du Held. Abenteuer-Nizange. Eieiei. Und dann ist sie weg. Das wollte hier gar nicht sein. Ja, ich habe das Gefühl auch, dass hier nichts ist. Das ist das Teile, wo die Nizange ist. Ich sehe mich schon eine kaufen, du. Ach, das ist das Teil, was du mir geschickt hast, oder? Das Windeisen von vor 200 Jahren, oder? Das ist ein Windeisen. Brauchst du es noch? Das ist eins der ersten. Na klar. Du bist gut. Das hast du doch gefunden. Jetzt sagt er, ja klar. Das gibt man nie her. Du, 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 hol dich mal ein. Ich habe jetzt gedacht, du hast die irgendwie in der Werkstatt. Ich wollte da jetzt nicht irgendwie eine riesen Aktion machen. Ich weiß nicht, wo sie ist. Dann fahren wir kurz zum Pöppel und gucken, was eine kostet. Komm. Geht doch schneller. Ist auch sicherer, ey. Huch. Alles wegen der Nizange. Oder? Ach, nein. Ich wollte bloß eine scheiß Nizange haben. Wir haben jetzt mal wieder ein Abenteuer am Hals. Hahaha. Ja. Das ist doch bei mir gut. Das ist doch bei mir gut. Das ist immer so. Wir brauchen eine Haltung. Ja, gut. Okay. Komm, dann fahren wir zum Pöppel. Schade. Vielleicht hat er sich unbedingt immer das Zeug. Und ich sehe es bloß nicht. Ist alles denkbar. Wie ist das? Da geht es auch nochmal hoch. Klar, wir sind rein. Alter. Alter. Jetzt wird es aber duscht, du, ey. Jetzt wird es aber zappenduscht, du hier. Nein, nein. Aber hier ist auch keine. Hier ist auch keine. Hier ist auch keine. Ich weiß nicht, woher sie ihn hat. So, jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt. Ich fange jetzt zum Baumarkt und hole mir eine für einen Zehner. Oder kaufe ich mir eine Gescheite. Die kostet halt 40 und die brauche ich meinem Leben viermal. Also ich bin tendenziell immer ein Freund, einfach was Gescheites zu kaufen. Jetzt mal 40 Euro. Jetzt auch nicht gerade übertrieben viel Geld. Aber ich brauche die in meinem Leben halt. Ich habe die in meinem Leben einmal braucht, so eine Pistole. Und das ist ja auch ersichtlich, dass ich die jemals wieder brauche. Aber was soll's. So, jetzt dürft ihr entscheiden. Amazon 45 Euro vor örtlich 67 plus Steuer. Also es tut mir leid, Leute. Ich weiß, örtliche Händler unterstützen. Ich weiß, ich weiß. Aber ganz ehrlich. Ich nicht. Ne. Da hole ich es mir bei Amazon. Weil da zahle ich 45 Euro. Das gleiche Ding. Also es tut mir leid. 67. Ja, 67. Amazon 45. Plus Steuer. Plus Steuer. Ne. Tut mir leid. Dann kommen ja wieder Kommentare wie, man muss die örtlichen Händler unterstützen. Ja, sehe ich ja ein. Aber wenn ich 20 Euro mehr zahle. Also tut mir leid. Das ist ein Drittel des Preises. Da habe ich ja nichts mehr mit Händler unterstützen. Ne. Na gut. Mach's gut. Dicker. So, einen kenn ich nur, der einen nicht haben könnt. Aber ich muss mir jetzt nicht eine neue. Ich will ja eigentlich keine. Weil ich brauche ja eigentlich nicht. Ja, Herr Truppe, grüß dich. Herr Wagner, grüß dich. Du, Frage. Hast du eine Nietzange und ein paar Nieten, die du mir vielleicht drei, vier Tage leiden kannst? Äh... Zange und Nieten. Ja. Die Nieten bringst du dann wieder. Wie genau die Nieten benutze ich und dann bringe ich sie wieder. Nein, ich brauche nur so 30 Stück oder so. Ja, ja. Hast du was da? Bist du daheim? Oder bist du in der Halle? In der Halle, ja. Ja, geil. Dann komm ich gleich vorbei. Ja. Muss ich mir keine kaufen. Weil ich sage euch ganz ehrlich, die Nietzange, wie in meinem Leben, habe ich das, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Jetzt, gell? Braucht man eigentlich selten. Vor allem, ich mache ja keine Blecharbeit. Deswegen, äh, die Nietzange für mich eigentlich jetzt... Oh Gott, das hat noch ein Fisch hier gestolpert, hey. Könnt ihr euch zum Christoph gleich mal ein Fass mitnehmen eigentlich, oder? Eigentlich können wir es bei dem machen, gell, aber... Ich bin so großartig. Hey du Hupe, schaffst du das? Bist fleißig? Ja, ja, ich bin auch fleißig. Du, ich habe ein Fass zerschnitten und will es vom Umfang verkleinern und jetzt brauche ich hier eine Zange. Fass? Ein Fass, ja. Ich baue da gerade was um und jetzt muss das Fass einfach Durchmesser weniger werden und das brauche ich eine Zange. Ich habe einige gefunden, aber die waren mal zu teuer, weil ich brauche sie, ich habe sie einmal im Leben, das jetzt braucht. Komm, da lasse ich mich entlumpen. Da helfe ich gleich mit. Oh, das schaut abenteuerlich aus. Du hast das schon öfter gemacht, oder? Ja, ja. Das schaut abenteuerlich aus, ey. Das ist eine Badezimmerwand. Was? Das ist eine Badezimmerwand. Achso, das ist das gleiche Haus nochmal gebaut? Ja, das ist eine Badezimmerwand, okay? Ja, ihr habt nämlich mein Haus gebaut, das ist meine Vermieter und gleichzeitig hat er auch mein Haus gebaut und jetzt sagt er, das Haus hast du öfter schon gebaut, wo wir drin wohnen, gell? Das Haus, wo wir drin wohnen, hast du jetzt schon drittes Mal, oder? Das 17. Mal. Das 17. Mal. Das 17. Mal. Ja, krass. Also hat sich bewährt. Ja, ja. Also eigentlich wollte ich nur Absorgerlage im Monat, aber ich lasse das einfach drin, weil ich denke, viele von euch könnten das interessant finden, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal in dem Video drin. Wenn nicht, dann schaltet es am besten einfach ab. Dein Leben möchtet ihr haben, ey. Hockt im Stapler, wartet, ey. Dein Job möchtet. Dein Kollege riskiert sein Leben, weißt, und du hattest da ganz gemütlich drin. Ja? Komplette zwei Häuser. Vom Holzaufbau aber her. Vom Holzaufbau her. Ja, zusammenbauen und kommt da, da kommt, ach, das sieht man ja. Ach, da kommt jetzt die Dämmung dann rein, oder? Ja. Die dämmen schön vor der Maschine. Ach, die hast du ja immer noch. Das hier, die Breitbandschleifmaschine ist ja immer noch voll gestellt. Ach, jetzt kommt die Dämmung da rein und dann ist die Wand fertig, oder wie? Da ist USB drauf. USB? Du meinst pures Gold? Pures Gold, ja. Ihr habt letztens für eine Platte 17,50 Euro zahlt. 18 Millimeter. Ihr habt dachte, ich falle um. Ihr habt dachte, ich falle um. Ja, ich glaube, ja. Ja, das ist 6,56 Quadratmeter, aber ich zahlt. 11 Euro, 18 Millimeter vor zwei Jahren Multiplex, 18 Millimeter, 11 Euro. Jetzt aktuell 38 Euro. Inwiefern betrifft es dich als Hausbauer, der ja mit Holz viel macht? Trifft es dich arg, oder wenn es dich trifft, wie trifft es dich? 40 Prozent mehr, wie... Kosten? Ja. Für den Kunden, oder für dich? Für mich. Für dich? Ja, du musst ja einem Kunden weitergeben, oder nicht? Ich bin ja selber mal Kunde. Ach so, ja gut, stimmt. Du baust ja selber für mich. Also, zum Angebot abzugeben, beim Neudeck, die hat gesagt, Tagespreise bei Multiplex. Ah, nee, nee, äh, nee, nicht Tagespreise, sie hat gesagt, Stundenpreise aktuell. Wir sind fast bei Stundenpreise, sagt sie. Ja, das ist so, du kannst nicht kalkulieren. Selbst beim Holz auch. Die haben die Decke für das Doppelhaus jetzt da bestellt. Vier Wochen Preisgarantie, aber sechs Wochen Lieferzeit. Das ist auch schlau. Vier Wochen Preisgarantie, aber das ist auch geil. Also, du weißt nicht, was du kriegst. Ja, ob du es kriegst. Oder zu welchem Preis. Und zu welchem... Wahnsinn. Aber der Preis ist flexibel. Ja, flexibel. Das ist eine nette Ausdrucksweise. Zieht so eine Niete ein Blech zusammen? Ja, wenns. Ein bissl. Also... Ein bissl. Du solltest schon schauen, dass es dann halt, bevor du die Niete zusammendrückst, dass es beieinander ist, weil sonst bleibt der Spalt. Ja. Okay. Also einmal. Guck mal, was ist... Ja, da hast du ja verschiedene Köpfe. Nieten. Sieht schon gut aus. Nieten. Ja, da sind sie doch schon. Äh, auch fast nicht mehr zu kriegen, Nieten, Frege. Echt? Wahnsinn. Nieten! Vier, der darfst du reichen. Das passt schon. Ja. Brauchst... Ich brauche da 30 Stück maximal. Maximal. Und dann brauche ich die ganze Packung. Ne, passt schon. Äh, Wann, wie lange kann ich sie haben? Was denkst? Kann ich sie 3, 4, 5 Tage haben? Oder ist es jetzt eher kritisch? Dann mal überlegen. Fahrt halt noch auf der Baustelle, aber... Ich kann sie dir auch kurz auf knapp bringen, wenn du sie brauchst. Ne, ne, ne. Okay, wenn sie kurz auf knapp rauschen, dann rufst du sie an, dann kann ich sie da bringen. Das soll kein Thema sein. Nein, nein, passt schon. Ey, jetzt wird Frühling, ist doch geil, oder? Total. Also ich denk mal, oh, hey, jetzt endlich Sonne, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ich kann's kaum erwarten, ey, das Tor wieder auf. Ja, du hast ja das Tor auch auf. Ich kann's kaum erwarten, das Tor wieder aufzuhaben, dauerhaft, hey. Du hast gerade das aufgemacht und das Dachfenster, weil das ist ein Kühlschrank da drin. Mein Lieber. Oh Gott, zack. Scheiße. Mann, 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 Mann. Ich will eigentlich bloß Tschüss sagen. Was für lauter Kamera und... Für lauter Filmscheiß, gell. Jetzt legt ihr die auf meine gute Sitzbank, die Zange. Ist ja Leder. Also. Schweins, Schweinsleder. Gruppe, ciao. Danke dir, mach's gut, ciao. Werni, was machst? Der hat wohl keine Zeit. So, wisst ihr, was das Oste jetzt ist, wenn die in die Halle reinkommt? Oste mal Tor auf. Oah, das ist im Sommer immer das Allerschönste, wenn's Tor auf ist und du einfach... Weißt, ich schaff ja da drin, ich seh ja keine Tage, es liegt den ganzen Tag, wenn ich schaff. Und im Sommer, wenn's Tor auf ist, das ist wie eine Verbindung zu draußen, weil man halt einfach... Ah, das ist herrlich. Das ist herrlich. Guck mal jetzt, dass wir das Fass fast mal vermietet kriegen, aber ihr musst das Ding noch auseinanderschneiden, weil ich es sonst nie wieder rauskriege. Also ihr musst das Fass jetzt auf jeden Fall vorbereiten. Das passt so, aber ihr musst noch ein paar Vorbereitungen treffen. Dann Ohhh Dann 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 Bis zum nächsten Mal.